Aber auf eine andere Sache, das habe ich schon übersehen, die wesentlich meine Einstellung besonders förderte, das war 1929, glaube ich. Da kam das Buch raus von dem Remarque, im Westen nichts Neues. Und dieses Buch wurde von den organisierten Jugendlichen in der Gewerkschaft, in der SAJ, sozialistische Arbeiterjugend oder kommunistische Arbeiterjugend oder von den Arbeiterländern, das wurde gelesen und hat dazu beigetragen, Ältere, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten, die mussten auf unseren Jugendheimabenden berichten. Wie war es in Verdeng oder woanders, eure Erlebnisse. Und das hat viele Jugendliche zu Antikrisgegnern und zu, da ja die SA den Film auch versuchte zu verhindern oder haben es auch verhindert, auch zu Gegnern noch gestärkt im Kampf gegen die faschistische Gefahr, die sich im Laufe der Jahre da ergab. Das ist etwas, das mich auch im Leben weiter begleitete, gegen Krieg und auch gegen den Faschismus.